Tradition und lebendiges Brauchtum im Herzen der Schweiz. Eine Läptowaldner Alpabfahrt in Kärns am Samstag, 26. September. Ich lasse sie begeistern von prächtig geschmückten, kühnherzigen Kälbchen. Aus der Potsdam, Äublerinnen und Äubler mit ihren urchigen Trachten. Sie sind unterwegs mit Sack und Pack, Kässe und Bränden. Geniesse die heisigen Spezialitäten am Stand oder im gemütlichen Beizchen am Ecken. Hier gibt es herzhaften Käse und sämigen Alpenaken. Du kannst gerade Sackmesser für die feinen Obwaldenwürste und der Schneefu. Geräuchnungsfleisch dazu, ein urchiges Kaffee oder ein zünftiges Most. Am Strassenrand Glocken, Klänge und Jodlengesänge, Alphornblasen und Handhörgelispöle. Nicht verpassen, am 11 Uhr geht's los, kannst du auch schon früher kommen. An Kärnser Altbadfahrt vom Samstag, 26. September. Ein Erlebnis für Jung und Alt. Ein Erlebnis für Jung. Vielen Dank.